Also die Frage aller Fragen war in der letzten Woche, wieso steht die SPD gleich auf wie der AfD? Ja, und dazu kann ich nur sagen, wieso eigentlich nicht? Ich meine, die Parteien, die in der Ampelkoalition sind und auch die CDU, sind die besten Helfer der AfD. Das Ding ist eigentlich ganz einfach. Man kann eine Weile, aber eben nicht auf die Dauer Politik gegen die Leute, gegen die Menschen machen. Ich meine, man kann schon, aber man wird dabei scheitern.